Das letzte Konzert des Jahres, das darf ich nicht verpassen. Was willst du mehr? Ein geiles Festival, gute Musik, aber die Tickets werden kostenlos. Alle erzählen immer, dass sie zu Stars for Free gehen. Jetzt will ich da auch mal hin. Letztes Jahr war so geil, ich war beim ganzen Konzert direkt vor der Bühne. Stars for Free gehört für mich einfach dazu, wenn man in Berlin lebt. Das muss man einfach alle tagen.